Ich sag mal tagsüber Medien, nachts die Molke. Wo es noch mal ein bisschen lockerer abgeht, wo es auch mal so um Themen geht, wie mache ich meinen eigenen Tzatziki oder die neue Miss Milch? Es gibt pikante Einblicke in ihre Scheiße. Ganz konkret, das darf man hier mal verraten, arbeiten wir gerade an einem Produkt mit einem Automobilhersteller, dem Harzer Roller. Wissen Sie, wie viele Molkereiprodukte in der Zeit verkauft wurden, wo wir jetzt hier rumgedadelt haben? Und wir haben da keinen Artikel veröffentlicht drüber. Sollte immer drüber nachdenken. Sehr innig, ist schon etwas, was tief in mich reingeht, Molkereiprodukte. Eine sehr innige, eine sehr zentrale Beziehung für mich. Geht tief rein wirklich Molkereiprodukte. Man steht morgens auf, erstmal schönes Glas, Vollmilch rein, dann auf dem Weg zur Arbeit vielleicht morgens bisschen Sonnenmilch auftragen, um einen zu schützen vor der Sonne. Sorry. Das ist so eine Eigenart bei uns in der Redaktion. Wir wollen da offen sein und auch mal baumeln lassen. Erfolgreicher Tag. Löff mich mal auf, wenn man Löffel. Ja, da schlagt mich doch einer Sahne. Kann das etwa sein? Ich glaube, mein Kalb pfeift. Ich finde die Scheiben halt fast ein bisschen dünn bei Rücker, aber so an der Grenze ist ein aromatischer Käse, kann man gut machen. Und wer mag, packt sich zwei Scheiben drauf. Geil, oder? Das ist auch, wenn wir Molkereiprodukte lieben. Ist halt auch was für Feinschmecker, so ein schöner Käse. Ich glaube, ich mache jetzt genau das, worauf wir uns schon alle freuen, dieser eine Moment beim Unboxing mit Folie abgeht. Und da werden wir einfach mal ganz ruhig sein, einen Moment Stille. Wir können ja schneiden. Wir schneiden einfach. Das ist schön verpackter Käse, muss man sagen. Jede Scheibe einzeln hier mit einem schönen... Ne? Oh Gott. Ah, sieht man direkt, gut verpackter Käse. Jede einzelne Scheibe hier separiert mit einem Tritt. Sekunde, das muss doch jetzt noch einmal schnell so los. Pause. Okay, calm down. Erstmal schön... Mopro. Wir können ja kurz einmal in Spacko-Modus. Komm, gleich geht's. Komm, gleich geht's. 74